Möchte sich Julian Claßen, 29, so alten Erinnerungen entledigen? Mittlerweile ist es vier Monate her, dass der YouTuber und seine Frau Bibi ihre Trennung bekannt gegeben haben. Zuvor hatten die zweifachen Eltern noch an einem gemeinsamen Urlaubsdomizil in Spanien gebaut, das der Vater nach dem Liebesaus zunächst behielt. Doch nun scheint es so, als würde Julian das Familienheim auf Mallorca verkaufen wollen.